Einen entspannten Tag am eigenen Pool verbringen? Das Leben und pure Erholung genießen? Wenn Sie von Ihrem zukünftigen Pool träumen, was sehen Sie? Ein großes Becken? Klein? Halbrund? Noch runder? Ganz rund? Aufgestellt? Und wie kommen Sie rein? Treppe? Eckeinstieg? Leiter? Leiter und Treppe? Und wenn es kalt wird? Rollo? Abdeckung? Oder doch eine Halle? Wie immer Ihr Traumpool aussieht, die Mitglieder des österreichischen Verbands der Schwimmbadwirtschaft beraten Sie umfassend und setzen mit Ihnen Ihren Traumpool um. Angefangen bei optimaler Planung und unter Rücksichtnahme auf Ihre Gegebenheiten begleiten Sie die ÖVS-Mitglieder auf allen Schritten zum Traumpool. Perfekt vorbereitet liefern unsere Mitglieder schon bei der Bauphase zuverlässige Qualität. Installationen und Zuleitungen werden auf langjährigen störungsfreien Betrieb ausgelegt. Unter Einhaltung und Weiterentwicklung gängiger Normen und mit Blick auf optimale Sicherheit wird Ihr Traumpool realisiert. Für ein Badevergnügen, das Ihre Ansprüche erfüllt. ÖVS, der österreichische Verband der Schwimmbadwirtschaft.